Die großartige Alicia Keys, You Don't Know My Name. WDR 2 Pop. Szene im Westen. Er macht sein eigenes Ding, weil er nicht immer gute Erfahrungen mit Bands gemacht hat. Thorsten Schmitz aus Engelskirchen und das Ding macht er unter dem Namen Wicked Smith. Er hat ein eigenes Studio, da kann er seine Sachen aufnehmen, kann aber auch für andere Musiker dort arbeiten. Und da ist dann auch der Song entstanden, mit dem er bei uns heute am Start ist. Wir hören Wicked Smith mit Why You Have Gone. WDR 2.0 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 WDR 2.0